Was geht ab, Leute? Willkommen zurück auf meinem Drecks-Kanal. Hallo, hallo, McBundles. So, hallo? Hallo. Hallo. Oh, shit. Weg hier. Schnell weg. Ich stelle mich mal kurz hier hin. Oh, scheiße. Felge zerkratzt. Dreck. Jetzt nehmen wir, ich nehme jetzt einfach fünf Mentos-Dinger. Fünf Mentos-Dinger. Komm, wir nehmen, ach, komm, die ganze Packung, die ganze Packung. Nehmen wir hier die ganze scheiß Packung. Kann man die Flasche direkt wieder zumachen? Das geht auch, oder? Aber dann explodiert die Flasche, oder? Scheiße, mach ich lieber nicht. Warte, ich schau mal. Bruder, Bruder, wie das durchschießt. Bro. Bro. Digga. Man kann es gar nicht aufhalten. Alter, Digga. Die guckt einfach nicht. Die hört Musik. Oh! Oh! Oh!